Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, Stardew Valley mit der lieben Sira Komori, die gerade nicht bei mir ist. Hallo, wir sind gerade Holzhacken. Du bist gerade Holzhacken, ich war noch mitten auf dem Weg nur. Na, ich bin auch auf dem Weg, da wo ich gerade war, war nichts mehr. Wir haben es gerade. Wir sind total durch heute. Ja. Und morgen geht es wieder in die Mine. Ja. Aber vorhin muss ich mich für meine Tiere kümmern. Jupp. Wittestick. Wittestick, bitte. Problem ist, nur die Hühner werde ich wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden. Im Sommer ist es ja einfach, aber jetzt im Winter? Also, ich brauche noch mindestens 31 Holzhacken. Ich habe 25. Das siehst du, perfekt. Ja, hast du es mal? Nee. Ich merke. Holzi, holzi, holz. Da tu ich es erstmal rein. Aber man sagt, ich habe nicht reingehört. Yay, noch mehr Käse zu machen. Ja, bitteschön. Danke. Milch. 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 So. Ich gehe noch mal schnell kicken. So. Alle drei im Betrieb. Was kommen wir hier? Ziegenmilch und Wolle. Wolle, 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 Wolle. Ja, das heißt, ich muss so ein Schaf kaufen. Oder du kaufst einfach eine Ente. Dann brauchen wir keine Wolle, sondern ein Entenei. Dann lieber die Ente. Dann müssen wir den Hühnerstall aber vorher erweitern. Stimmt, wir hatten den Kuhstall erweitert, ne? Deswegen wäre, glaube ich, die Schafe sind voller. Das ganze Gelumpa. Ich glaube, die Schafe gibt es erst beim letzten. Oder hattest du Schafe freigeschaltet? Nee. Siehste? Dann musst du noch mal erweitern. Dann machen wir halt das andere um Nebenenden. Und das? Das heißt, wir müssen den Wald rohen. Ja. Bei Gelegenheit. Fisch. Naja, ich muss angeln. Ich muss dringend angeln gehen. Ach, das ist das ganze Geld hier. Was machen wir hier? Ja. Gute Nacht. Ja. Ich schau mich hin. Einmal weinen. Oh nee, das Sammelgezücht brauchen wir ja auch noch. Oh Gott. Was ist denn das Sammelgezücht? Ja, diese Bären sammeln und das ganze Zeug da. Ja, das dauert ja noch, bis sie jetzt wieder kommen, oder? Ja, jetzt im Herbst gibt es die Brombeeren und dann halt im Frühling wieder. Und es gibt zwar jetzt im Herbst auch diese Pflaumen, aber bis sie da 20 Stück zusammen hast, das kann dauern. Ich hatte vor kurzem zwei gehabt. Ja, aber du brauchst halt alle von einem, von einer Qualität. Waren beide normal. Ja, von 20 Stück. Mal Käse, Käse, Käse. Yay, yay, yay. Okay. Käse, lecker. Ach, der Wildhuhnig kann jetzt eigentlich auch weg. Ich hab noch einen. Plupp. Ich geh mich mal um meine Viecher kümmern. Jupp. Tue tat. Na, Hühnerkirchen, wollt ihr lieber draußen sein, ja? Ja. Das sind die Statuen. Die Statuen Hühner wären draußen. Das waren die Statuen gewesen. Ich hoffe, dass du da drauf reinfällst. Das bin ich auch. Das ist unfair, sowas. Sowas tut man nicht. Ach, schön. Hallo. Gut, da haben sie noch. No. Oh, hast du gerade einen Pilz von der gemolken, oder was? Na, verstehe ich denn? Ah, jetzt so. Du hast doch gerade. Ich hab nämlich das Herz hier im Überm Kopf gesehen. Ja, es war nur streicheln gerade eben. Ah, irgendwas. Du kannst aber mal, du kannst dir mal Futter rausgeben. Ich will auch knuddeln. So, hier haben sie schon warm mit ihrer Heizung. Ich krieg mir hier einen Arsch ab. Ey, komm, komm, komm. Ich hab ein Ei auf dem Kopf, ich bin ein Küken. Du bist ein Nest. Ein Nest. Ein Nest. Letzte Milch behalte ich für die Miene. Nee, die behalte ich nicht für die Miene. Warum nicht? Wenn, dann nimm dein Käse mit. Weiß ja gar nicht, wo der Käse überhaupt ist. Grün. Oder blaue Käse. Ist türkis. Dann isse ich halt türkis. Ich nehme zweimal Käse mit. Blank ja. Ich hab noch ein paar Gerichte. Oh, hast du Hanne Hacke dabei? Nein. Okay. Gehst du mit uns hin? Hallo? Ach, stimmt. Gewohnheit. Also Gewohnheit. Das dauert ein bisschen, bis ich das raffe, dass wir die jetzt freigeschaltet haben. Mine. Bin schon da. Ja, ich bin auch da. Tada. Ich hab hier den Fuß gehackt. Ja, ich hab's gemerkt. Hat weh. Jede Menge Jolt. Ich will rote Geioden haben. Ist unfair. Nicht fair. Ah. Schleim mich doch nicht an, du Kackding. Steht aber auf dich, das Kackding. Oh, ich hab ne Bombe. Und n Krebs. Und n Krebs. Oh, ich hab Loch. Yay. Ich hab auch ein Loch. Wollen wir runter? Das ist doch Gold. Dann hol sie doch. Tschüss. Oh. Pilze. Ich hatte keine Chance gehabt. Ich hab dem Pilz gerade mein schönes Schwert gezeigt. Ich hab mein schönes Schwert. Guck mal, Pilz. Ich hab's Loch gefunden. Warte, da hinten am Ende ist immer Kohle. Und hier hinten ist auch ein Loch. Ah. Oh Mann. Hört auf, mich dauernd anzuspringen. Ihr Mistviecher. Wir stehen aber auf dich. Boah, diese blöden Schleimer. Halt dein Maul, Vieh. Hi. Hi. Hab ein bisschen länger gebraucht. Hab's gemerkt. Ah. Au. Jetzt schlag doch mal in die richtige Richtung. Was ist das denn für ein Vieh? Hä? Ach, der schießt Feuerbälle. Wie man sieht. Tittenfisch-Tinte hab ich bekommen. Oh, ich heb die auf. Die brauchen wir, glaub ich, irgendwann ohnehin. Ich schmeiß die jetzt absolut sofort aus meinem Inventar raus, weil ich sie scheiße kenne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Fast tot. Oh, der heilt aber sofort der Käse, ne? Ja. Deswegen sag ich ja, der Käse ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Das war nötig. Am Loch. Okay. Ich schlag auch noch zu. Bei mir geht er auch kaputt. Aber mein Zeug steckst du mal wieder ein. Gemeinheit. Ja, ich steck gern dein Zeug ein. So, ist da hinten noch irgendwas? Bin runtergegangen. Wie kannst du nur? So. Ich hab noch Gold gefunden. So, jetzt bin ich da. Hast du schon vorgearbeitet hier? Nein, ich hab nur ne Bombe gelegt. Ah. Okay. Der hat direkt aufgegeben. Der hat sich gar nicht bewegt. Na, gibst du auch so leicht auf, Junge. Da oben ist doch schon ein Loch. Wollte locker nach Dings gucken. Geh oben. Da musst du hauptsächlich die roten hier, glaube ich, machen. Da kommen die gerne raus. Guck mal, was grün ist. Ein Schmaragd. Ein Schmaragd. Bung. Kriegst du grad von der Fledermaus aufs Maul? Nö. Ich hab von mir eins aufs Maul gekriegt. Weil ich hab das Möp, hab ich gehört. Ja, außerdem bin ich einmal erwischt worden. Ja, siehste. Oh, Gold. Schrei doch nicht so rum, Fies. Schrei. Ich kann eine Atenfüge. Kreisch. Hallo, quietsch, quietsch. Na, geh mal runter, oder? Ja, lieber weg. Geh mal runter, komm. Oh, ich brauch was, was zu essen. Du hast das Gefühl, die roten Dioden sind echt sehr selten. Jetzt gerade aktuell? Oh, ein Diamant. Oh, schön. Oh, da unten ist schon ein Loch. Bumm, 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 bumm. Ich seh da auch nur so'n Pilz fliegen. Mhm. Ja, die machen mittlerweile gut Schaden, ne? Ja. Bumm, 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 bumm. Was für ne Geräuschkulisse. Oh, Loch. Ja. Oh. Pilze. Gute Pilze. Die eignen sich auch gut als Höhlen-Snack. Ich weiß. Deswegen hab ich ja welche dabei. Die roten solltest du nicht essen. Ich hab' lieber nicht so gut. Hä? Das sind ja auch Giftpilze, ne? Ja, flup, 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 flup. Alter, hier sind aber viele. Ja. Das sollten mal alles lila Pilze sein, ey. Da unten sind lila Pilze wieder. Flup. Die Musik ist schön hier. Mir ist noch mehr Pilze. Ich brauch noch mehr lila. Na komm. Ich hab nicht eine einzige rote Geode bekommen. Krass. Eine rote Geode. Eine rote Geode. Oh, Eisen. Yeah. Gold. Gold. Geh weg. Au. Ha. Wie die sich einfach immer den Kopf anschlagen an einem Schwert. Ich hab' lieber einen Pilz gefuttert. Ein Pilz? Ja, ein sch-sch-schöner Pilz. Einmal die Luft prügeln. Ja, hab' ich auch grad' gemacht. Wir brauchen ja immerhin auch viele Steine, ne? Ja. Deswegen die großen, die ganz großen Steine nehm' ich eigentlich immer ganz gerne mit. Ja, wenn's nicht so lang dauern würde, bis man die hat. Autsche. Naja, so lang dauert das jetzt so net, also. Hoppala. Vielleicht solltest du, ähm, Erzadern mich kaputt schlagen lassen, weil ich hab' immer Chance, ja, ich hab' immer Chance auf ein weiteres Erzböppelchen. Also ich zum Umständen nichts machen. Nein, wir können noch in die Mitte. Noch eine. Wenn du die, bäh, wenn du die roten Dinger kaputt hauen willst, dann mach das. Ich geh' hier derweil in die Mitte und hol' das Zeug. Ja, einerseits sagst du, ich soll's nicht machen, jetzt sagst du, ich soll's machen, hä? Ich hab' doch gesagt, du haben noch Zeit. Nein, nein, weil du gesagt hast, du kriegst halt mehr durch die Erz, durch das Erz und so. Ja, du, das, äh, die Erzadern, ich hab' immer gesagt, die roten Feiner. Ein rote, ein rote Magma-Geode hab' ich bekommen. Ja, siehste. Eine, meine erste seit, 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 eine Million Folgen. Knochen. So, jetzt sollten wir aber runtergehen. So langsam wird es spätele. Lalalalalala. Lalalalalala. Ja, ja, schau mal hin. Zum Glück sind wir jetzt spätele. Klopp, 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 klopp. Lauf! Die beißt mich! Was hast denn? Warum haben wir die gegessen? was eine sternen es ist merkwürdig aber der geschmack er dich an einhörer der geschmack erinnert dich an spiele erhöht ja das ist wie so eine power wäre von haves moon weiß du so was so was ähnliches habe ein bisschen mehr energy als früher endlich ein bisschen mehr zeit auf guck mal käse fuß ich glaube ich mache das morgen ja gute nacht gute nacht schon bei die scanne es wird wolkig es ist brombeerenzeit die büsch sind voll mit ihnen ich würde euch gerne ein paar pflücken aber ich habe meinen kopf verloren kannst du mir helfen nicht nur brombeerenzeit guck mal hier ja viel spaß ich bin glücklich der hund auch ja wie man sieht ich helfe dir mal ein bisschen ich melde dich lieber um dein gefisch alles misch du alte frucht ist aufgewachsen du musst mal hier rein für dich ne oh ich habe auch tüntenfisch dingens bummens du musst jetzt noch käse sammeln oder nicht wir müssen eigentlich immer käse sammeln also fürs dingens beinster ich glaube nicht da ist ziegenkäse ne nur einmal große ziegenmilch wolle oder ein entenei okay der hund muss man die hier rein lalalalala 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 warum mach ich doch 99 schleim ne brauche auch nicht mehr ne ne das hinten haben wir fertig das haben wir das haben wir das haben wir eine als die rote ja ja dieses rote feuerquaz muss man auch nur runter bringen so ja erstmal was wichtigere was 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 wichtiger ist als das Tiere für den ja mach ich gleich ich muss erstmal hier den ganzen lalalalala datsch hier erstmal sortieren so ich gehe mal mein gemüse verkaufen und die gießkanne abholen gießkanne tatatata 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 und nebenbei noch gingensbummens abgeben Da Dingsbums abgeben. Da bist du glücklich hier, ne? Total. Ich habe zwei Brombeeren. Oh, ich habe noch ein Ei-Mach-Gefäß. Juhu. Ein Ei-Mach-Gefäß. Ein Ei-Mach-Gefäß. Ich bekomme gerade hier eine Menge Brombeeren. Allein auf unserem Hof sind schon zwei Büsche gewesen. Ja. Sammelst du auch immer einen mehr? Ich sammel zwei, ja? Ja. Dann sammel mal, wir brauchen 50. Ich muss erst mal eine Hühner finden. Meine Hühner finden. Gießkanne. Gießkanne. Wo sind das andere Wuhnen? Man bräuchte so eine Hühnerpfeife, ne? Ja, man schau schon. Guck mal, da oben ist ja auch cool, ich noch gesucht habe. Mööö. Hallo, Elliot. Das Schmunzelmonster. Was haben wir hier? 100 artischocken tausend stück steine ja schön nein ich hab ein ding wieder nicht mit die haken habe ich nicht mit mir fehlt ein hun zum streicheln darum läuft das doch oder ich gehe mal brombeeren sammeln dürfte schon dürfte schon so stimmen jetzt aber ich gehe auch noch mal sammeln ich bin unten im wald kann ich bin gerade runter gegangen dachte es doch gleich habe ich doch gerade da musst du sofort sagen auf der stelle doch jetzt war ich käse so was hast du noch hat den busch gehackt außerdem müsstest du noch gießen und stimmt da war was erst sammeln diese sammeln diese 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 aber muss warst du schon gewesen glaube ich noch mal gucken ich weiß es gerade nicht genau ich habe nichts gefunden also deswegen frage ich ja dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch aber ich habe eine hacke brauche ich ja da sind sehr viele auch am strand unten hat der hacke ja ein buch ja der hund liegt im wasser der hund liegt im wasser okay wenn spaß nicht wir hätten nie weiter auf soll so dämlich ist sie war nicht stimmen ich habe hier gerade voll ich habe ich nicht vergessen habe ich habe gerade voll das stein und ast-labyrinth na du arme bedauere dich wenn ich zeit habe ganz ganz schlimm ja wenn auch oben am thermalbad welche sein glaubt schon überall eigentlich habe auch in der stadt ein paar gefunden ja ich habe das problem ist ja ich habe ein problem ich habe die beim bus vorne zwar nur geguckt aber hinten dicht und hinten bei richtung tunnel sind noch zwei büsche ja kommt mir bekannt vor aber ich habe jetzt schon 38 also die 50 kriegen wir auf jeden fall durch zwei habe ich schon in der kiste drin 12 10 habe ich einstecken das passt schon da hätte ich jetzt meine axt mit hätte ich hier holz schlagen können dreh sie doch dagegen vielleicht sagt sie ja was dazu ich drehe dem holzding gegen schienbein genau das passt dann falls mal was einfach viel verlegen wenn ich jetzt pfeife schreist du wieder hauer ja wahrscheinlich deswegen lass ich es nicht so ich habe 48 14 sehr gut und jetzt muss ich noch geißen habe kalte füße was ich dich begrüße das würde ich nicht begrüßen das tut ihr den abend versüßen definitiv nicht definitiv der Hund hat glaube ich Astro warum mit spaß macht warsten die dinge hin ja bitte verkaufe auch mal Käse ich persönlich zwar nicht aber gut wir brauchen auch die kohle und ich muss noch steigen am level jetzt was aber nicht mit dem verkauf von dem zeug hast du gesagt du musst das zeug verkaufen du steigst also damit du mehr geld kriegst das war es gewesen ja du musst verkaufen weil du mehr geld kriegst als wenn es ich verkaufen würde ein steiner doch da falsch gewissen wo ich sofort reingetan habe so soll ich dir da auch noch eine kiste hinstellen wo du deine milch reinpacken kannst oder so der oder sollte ich die soll ich das käse die käse maschine vielleicht den stall stellen okay dann halt nicht da will ich mal hilfreich sein war wieder falsch hast du jetzt schon wieder gemacht ich bin mit der kniescheibe gerade gegen die kante vom schreibtisch gekommen was läufst denn du für ein bogen das ist der bogen du schmerzt es wir tragen gerade auch spiel wir bräuchten immer fackeln ich sehe nämlich nicht was ich kann gießen was nicht mehr wir bräuchten wir bräuchten langsam mal leuchtringe ja nein hier ist noch ein feld perfekt mein knie blutet bestimmt gerade tut so ganz hart tut so hart weh so komm schlafen ja genau die folge ist auch eh zu ende so dann vielen dank fürs zuschauen ich leide jetzt derweil noch weiter tschau tschüss 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 tschüss